Unser Lagerhaus auf Grasstandort Schleimbach 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 Musik 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 Chapter Die Musik 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 Die Abwechslung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich darf euch begrüßen im Namen des Lagerhauses zu unserer letzten Sprengelversammlung hier in Ernstbrunn So wie jedes Jahr wollen wir vom Lagerhaus Gericht erstatten über das vergangene Jahr, über aktuelle Dinge Ich werde zunächst sehr allgemein bleiben über die Genossenschaft, dann wird der Herr Direktor Scheiböck über das letzte Jahr reden Sehr viele Dinge, die letztes Jahr geleistet worden sind, auch die Ziele und die Vorgaben für das heurige Jahr Die fühlen sollen von unseren Ergebnissen Der Herr Hiller wird über die Landwirtschaft reden, sehr ausführlich Dann wird noch der Herr Weismann über Bauhandel, Baustoffhandel sprechen Das heißt, lange Tagesordnung und immer natürlich besteht die Gelegenheit Und das wollen wir auf jeden Fall warnen, dass wir mit euch dann noch kommunizieren können Und mit euch in Kontakt treten können Wir wollen starten mit einem Film, der gerade in eurem Bereich sehr interessant ist Gut, ihr kennt das, aber in den anderen Versammlungen war es nicht so Nämlich der neue Markt in Ernstbrunn Schaut euch das mal an Das war ja im Bio-Getreidehandel, vor allem im Bio-Geschäft Das war ja in den letzten Jahren, soweit ich das aus der Presse mitbekommen habe Folgt, den die RBA durch den Handel über die ganze Saison erzielt Und wir Funktionäre wollen auch in Zukunft darauf achten Und das in gutem Einvernehmen und einvernehmlich mit der Geschäftsführung Dass der Gründungsauftrag, nämlich die Förderung der Mitglieder Der Hauptzweck der Genossenschaft bleibt Und weil ich bei den Funktionären bin Vier bis fünf Leute haben durchaus auch schon Nachfolger genannt Das ist jetzt eine Empfehlung dieser Regionalversammlung Das ist nichts Endgültiges Danke für euch Sehr geehrter Herr, sehr geehrter Herr, auch ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen Es freut mich, dass bei der letzten Sprengenversammlung so viele gekommen sind Ich glaube, das sind die Meeren, die gesetzt gewesen sind Aber jetzt ist es auch ein großer Standort